hallo ihr lieben ich wünsche euch erstmal ein frohes neues jahr ich hoffe euch geht es gut und habt schön weihnachten gehabt und ein schönes silvester party gefeiert ich hoffe ihr seid gut in das neue jahr hinein gestiegen ich mache das jetzt einfach mal heute spontan dies ist das aller erste video für 2019 und ich habe mir jetzt gedacht ich werde jetzt auch mal anfangen youtube zu machen und youtube zu starten deswegen sitze ich jetzt gerade so angelehnt ganz spontan ohne drüber nachzudenken vielleicht haben schon ein oder andere schon mitbekommen dass ich vielleicht in letzter zeit seitdem nach der silvester party nicht mehr aktiv war auf instagram auf whatsapp dazu möchte ich mal was sagen das klingt jetzt wahrscheinlich so komisch wenn ich das jetzt sage aber mir fehlen einfach nicht die richtigen liebevollen worte also bitte nicht wundern es ist so dass ich an dem zweiten januar arbeiten musste und ich habe mein handy geschrottet und das ist eine richtige verrückte geschichte das muss man wirklich mal sagen dieses erst mal ist der bildschirm komplett kaputt und das funktioniert gar nichts so man sieht wahrscheinlich hier nur noch dass hier diese zwei funktionen da sind mehr nicht wir haben auch die karte speicherkarte rausgenommen die ganzen daten sind natürlich weg zum lück habe ich ja konnte ich mich noch auf duolingo auf mein pc mich noch mal anmelden so dass ich die ganzen daten von duolingo nicht verloren habe und auf instagram habe ich meine daten alle anderen sachen facebook habe ich sowieso auf mein pc das braucht man ja eh aber alle anderen daten wie whatsapp und trema sind natürlich weg fotos natürlich auch videos auch was ich aber auch nicht schlimm finde ganz ehrlich ich wusste von anfang an ja hallo rechner dass mein ich wusste von anfang an dass ich immer dieses handy schrotten werde habt ihr es gerade mitbekommen es hat jetzt immer gerade mir eine nachricht geschrieben und genau so eine nachricht empfange ich das heißt obwohl egal ob mit karte oder ohne karte ich bekomme eine nachricht das ist ganz schön crazy und als ich gestern hatte ich die karte rausgelegt bekam ich nachrichten wurde permanent terrorisiert auf facebook total und ich bekam nachrichten auf whatsapp und das jedes mal klingelte mein handy obwohl ich das normalerweise auf lautlos hatte zudem bekam ich auch noch obwohl meine karte nämlich draußen war auch noch anrufe als ich mich dann mich selber angerufen habe hat natürlich funktioniert so viel zu dieser mysteriösen handy situation jedenfalls mein handy ist geschrottet ich kann keine nachrichten lesen von whatsapp und tremer und auch kann keine keine instagram stories machen ich habe jetzt gerade über mein pc mich auf instagram angemeldet ich habe mich auch auf facebook mal rausgeschmissen und was auch interessant ist mein wecker klingelte obwohl mein handy eigentlich schrott ist also ich weiß noch nicht wie es sein wird wann ich überhaupt instagram habe whatsapp habe und tremer habe ob meine daten wiederkommen weiß ich nicht ich bin auch gar nicht traurig denn seitdem ich dieses handy nicht mehr in der hand halten auch nicht mehr ich meine schön aber nicht mehr so krass benutze wie in den letzten jahren kann ich ziemlich besser schlappen also ich wusste es und es ist passiert und ich bin auch nicht traurig ich bin auch ohne handy wirklich aus dem haus gegangen und habe es trotzdem überlebt ich lebe noch leute es ist wirklich wenn man das einmal hat dann schafft man das auf jeden fall wundert euch bitte nicht mein handy ist geschrottet ich weiß noch nicht wie ich das jetzt anstellen werde wann ich neues handy bekomme wann ich ebenfalls zu diesem thema handy warum ich nicht reagiere nicht wundert wahrscheinlich deswegen ist noch die followerzahl auf instagram nicht gestiegen sondern gefallen aber das ist jetzt auch mir egal dafür ist es was wichtig ist ich habe ja euch auf instagram ja mal gefragt ob ihr bock habt wenn ich mal ein puzzle video drehe ich weiß noch nicht so genau wie ich das machen werde ob ich dazu ein extra video drehe das könnt ihr nämlich dazu abstimmen nochmal hier ich stelle euch dann mal eine frage ein extra video zu machen oder ob ich das zudem in einem blog dazu packe das war ja nämlich so gedacht dass ich nämlich ein puzzle video drehe ihr wisst aber nicht was es sein wird was es für motiv ist und dann könnt ihr nämlich raten was es ist wenn ich in dem moment in dem ich das dann mache ich habe nämlich ein paket bestellt bei rahmens bohrer ich bin ja total die position ich habe ja ganz so viele position und ich werde das jetzt mal ausnahmsweise mal öffnen aber ihr werdet das puzzle nicht nicht sehen genau das so diesem thema was ich vorhabe falls ihr irgendwelche ideen habt was ich in nächster zukunft auf youtube hochladen werde dann sagt es mir doch einfach mal bescheid das habe ich bestellt ich bin übrigens noch mal weiter dabei noch weitere position zu bestellen weil das darf ich euch jetzt leider nicht zeigen weil ich süßig bin so genau ja auf jeden fall stört mal ab welche position ihr oder wie ihr das gerne hätte ob ihr das gerne in den extra block haben möchtet das heißt ich puzzle einfach und dann wird das so lange gemacht bis ich das puzzle fertig habe und ihr könnt das dann erraten oder soll ich das einfach mal ab und zu in dem blog hinzutun ich würde dieses puzzle bild nicht dazu packen also sondern damit ihr das erraten könnt und wenn ich das extra für die machen dann würde ich eventuell auch das so schnell machen dass es nicht so langweilig wird ihr könnt mir natürlich auch fragen stellen dass ich zudem auch mal ein frage antwort video stelle machen kann ja das war der plan auf jeden fall ich habe jetzt mein erstes buch zu ende gelesen das war ronja die räubertochter dazu wenn ich auch noch mal meine persönliche meinung dazu schreiben und dann schauen wir mal was ist als nächstes so laufen wird das was erstmals das war es erstmal fürs erste es ist immer schön wenn man spontan ist weil man spontan ist und einfach mal spontan das video dreht ist viel besser als wenn man einfach mal ein video treten mit tollem verstand und irgendwie wie mache ich das damit die leute mich mögen nein auf jeden fall ja das erstmal dazu ich glaube ich weiß noch nicht wie es sein wird aber mal gucken genau habe ich noch irgendwas zu melden ich weiß es gerade nicht aber das werde ich habe euch ja gesagt dass ich ja so ich bin jetzt wieder da ich habe ich habe es mal eben kurz nicht lang gemacht ich hoffe dass ich weiß nicht ob es hell genug ist ich werde auch nichts verraten ihr könnt natürlich unter diesem video etwas dazu schreiben eure meinung schreiben beziehungsweise was für ein motiv es ist und ihr könnt dann dazu auch noch mal schreiben wie viele teile das puzzle hat weil das habe ich jetzt leider nicht verraten ich habe auch gar nichts verraten ich habe nur gesagt ich puzzle jetzt einfach und ich würde das jetzt einmal so machen den rest packe ich jetzt in diese tüte in dem papplatton den ihr jetzt leider noch nicht sieht geht das eigentlich wenn ich den witz machen nein ich brauche mehr licht und so sieht das ganze erst mal aus ich werde das jetzt erstmal machen ich werde das jetzt einmal kurz machen und dann so sieht es jetzt aus ich habe die jetzt alle mal draufgelegt genau das sind jetzt ich habe jetzt ein paar hinzugefügt und damit es nicht so viel wird und damit man nicht nachher noch wie sagt man das nachher die lust verliert oder nachher irgendwie keine kontrolle mehr hat weil ich habe letztes mal ein puzzle gelegt komplett draufgepackt und dann war es so voll dass ich dann nachher nicht mehr wusste wo was ist und habe dann meinen verstand verloren so gefühlt man verstand ich hoffe ich verstehe was ich meine deswegen habe ich jetzt erstmal eine kleine runde gemacht und geguckt und das mal alles schon mal draufgelegt und noch mal ein bisschen umgedreht damit man sehen kann so hier genau was mit jedes einzelne teil platz hat und dass man da mal die chance hat ein bisschen was zusammenzubringen hier ist auch noch ein tag so ich nicht gesehen in der regel gehe ich eigentlich damit gibt es gar keine regeln also ich mache es einfach spontan also ich denke jetzt auch nicht nach ich sage auch nicht so ich mache jetzt mal dieses teilchen mit dem zusammen wie das mache ich dann nicht sondern ich mache es einfach frei nach schnauze einfach so ohne zu überlegen und dann klappt das schon so das war es erstmal fürs erste vielleicht pack ich noch ein paar teilchen drauf das werdet ihr wahrscheinlich nachher noch sehen und genau falls euch jetzt das video gefallen hat ich weiß jetzt noch nicht wie ich das schneiden werde wie ich das machen werde ob ich das zusammen packe oder nicht das weiß ich jetzt noch nicht das werde ich dann das war die ihr dann schon noch sehen und vielleicht ziehen muss gleich noch mal wieder so halbe stunde später bzw zwei stunden später nachdem ich entschieden habe wieder ein paar pose zu kaufen ja wollte ich mal ganz kurz mitteilen ich hatte ja auf instagram schon mal erwähnt dass ich diese ecke hier ihr wahrscheinlich sieht die finde ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr passend und ist auch nicht schön das ist eine kiste in der ich ja spirituell sein warum will ich nicht spirituell sein hat damit gar nichts zu tun es geht eigentlich darum dass ich diese bücher verkaufen wollte über ebay kleiner zeigen also falls ihr irgendwie interesse daran habt ich weiß es jetzt eine dunkle ecke hier das kann man jetzt nicht verkaufen diese themen aber diese bücher habe ich schon mal irgendwie in instagram mal gezeigt ich wollte hier nämlich ein billy regal also dieses regal noch mal kaufen in dieser art und wollte das nämlich das sieht man jetzt mit meinen schatten vielleicht hier in dieser ecke nämlich das gerade hinstellen weil ich ja in dieser ecke ja viel zu viele bücher habe und achtung das sind die bücher die ich zu weihnachten geschenkt bekommen habe eventuell werde ich dazu noch ein video extra drin das weiß ich jetzt noch gar nicht hier sieht es aus wie mickey maus und da habe ich mir gedacht weil es auf einem anderen schrank nämlich genauso aussieht also hier dass ich eventuell dann von diesen ganzen bereichen dann diese ganzen bücherschränke nämlich dann da rein packe in diesen neuen bücherschranken das heißt da kommt ein neuer bücherschrank den ich eventuell persönlich holen würde bei ikea wie ihr das vorher nicht kennt da werde ich natürlich auch noch meine puzzles reinpacken meine orakel karten meine weiß ich nicht was noch irgendwelche bücher die ich noch einpacken möchte damit dieser schrank nicht überlastet wird quasi und falls ihr irgendwie echt irgendwelche ideen habt welchen schrank ich nehmen sollte oder sonst was könnt ihr mir gerne unter den kommentaren unter diesen beitrag schreiben kommentaren moira hello genau das war schon mal ich würde jetzt sagen ich wünsche euch jetzt noch einen schönen tag ich weiß es war jetzt nicht so spannend aber vielleicht sehen wir uns beim nächsten mal und falls das video euch gefallen haben sollte könnt ihr gerne einen daumen nach oben da lassen und meinen channel abonnieren und kommentare abgeben da würde ich mich sehr 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 drüber freuen ich mag es gerne wenn leute mit mir quatschen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten mal wieder tschau tschau